Sober Drachen, jetzt hast du die Aufnahme veröffentlicht. Ja, aber okay. Ja, also herzlich... Ja, jetzt kann... Kannst du mich jetzt noch öfters in meiner Aufnahme anpacken? Also, damit herzlich willkommen zur 100. Folge Minecraft Großbauprojekt mit Drachenseiter alias Timmy Niklas hier in Minecraft. Ja, du darfst jetzt schon anzeigen, musst du was sagen. Jetzt, jetzt, jetzt ist er schon wieder gemutet. Das ist unglaublich, Drachen. So. Ja, ich muss den Kurz weg. Hm, zack, einmal... Ne, ich kann mir sogar zweimal das Stein machen. So, ich will nochmal die Höhle hier genau... Genau, ganz genau erkundigen. Ähm, ba, ba, ba... Oh, ganz genau. Ganz genau. Für die 100. Folge gibt's noch... Gibt's... Tunnelblick. Äh... Tunnelblick an allem, was wertvoll ist, dran vorbei. Da, so hab ich das jetzt nicht gemeint. So. Hm. So, mein Minecraft... Meine Spitzhack ist kaputt. Hopp, 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 hopp. Äh, zack. Zwei. Hier wurde, ich hab nur eine. Oh, eins, komm. Und zack. Und zack, hier. Drachen, oder Drachen, du formst weiter Slimes. Ja, noch, wenn ich mal Slimes finden würde, dann brauche ich mal ein bisschen Clay ab. Wenn ich nicht unbedingt in der Höhle komme. Du kannst auch meinetwegen in die Höhle kommen, also. Nee, ich... Hier ist grad ein Luftl... Also in der Höhle unter Wasser. Da... Hatte ich mich unter Clay reingebaut. Wow, nein! Witch, 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 witch. Witch. Nein, Autsch, 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 Hilfe, ich sterbe, ich sterbe, nein. Drach, du musst, glaub ich, vielleicht meine Sachen holen. Ich hab keine Ahnung, wo sie sind. Wir haben zwar eigentlich... Du wirst auf'm halbes Herz runter. Was heißt nochmal Weakness? Ähm, ich glaub, das war, dass du dunkler siehst. Hilfe, nein, 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 lass mich hoch! Autsch, Autsch! Wie gesagt, baue die am Fallen. Nein, du stirbst, der Switch. Baue die eben nicht ein. Ein Zucker, ein bisschen Zucker bekommen. Ja, nur Weakness. Wow, wow, zack, zack, zack. Und... Let... Wow, 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 nein! Ach, scheiße. Aber hier... Wie viele Pfanne hab ich sechs Stück und einen angefressenen Bogen. Was wünscht man sich mehr? Gefressenen. So, ja. Ich bin wieder in der... Sack. So, zack. Hier auch noch einmal. Wirkwitz ist dunkel, vielleicht seh ich jetzt mal ein paar Bleibens. So, zack, nein, Autsch. Opsala. Okay, hier haben wir fürs erste erstmal genug. Was? Clay. Clay. Normales Clay. Äh, zack. Alles aus den Endermen sehe ich bisher nicht. Das ist jetzt noch nicht so ein Zombie in der Ferne Wow 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 Zack Time Zack Komm her, komm her Zack Oh, hier muss er doch sein Ja, unten ist auch noch Jo, gut, dann habe ich jetzt Und sie Hop, hop, hop Und dann noch die hier Hier ist so viel Eisen Aber kaum Diamanten Oder Oder bin ich auch einfach noch nicht tief genug Eisen ist aber auch wichtig Ja, wir brauchen uns Zack Ähm Zack Ähm Zack Hier runter Hier runter So So Hier ist nochmal irgendwo in Hier muss irgendwo Wasser sein Jetzt muss ich bisschen lauter stimmen Vielleicht über dir Vielleicht über dir Zack Du bist im Kreis gelaufen Und weiß nicht mehr wo es Nein, nein, das nicht, aber Irgendwie war ich schon mal hier Ähm, warte mal Also bist du doch im Kreis gelaufen Nein, ich bin nicht im Kreis gelaufen Ich war Es muss irgendwie ein anderer Höhlen Teil sein Weil Kreis laufen geht ja nicht Wenn ich mich durch Äh, irgendwo durchgrabe Du Bist du vielleicht den gleichen Weg nur wieder zurückgelaufen Ich habe mich doch wo durchgegraben Und Drachen Ja Wie kann ich mich Äh, wie kann ich im Kreis laufen Wenn ich mich erstmal wo durchgrabe Du kannst ne Öle finden Denken da geht weiter Ich war Ich weiß ja, dass ich Einmal im Kreis gelaufen Und Nein Oh, hier ist Hier geht's noch tiefer runter Perfekt Sicher Äh, äh Ja Sicher dir's Ne, grad nicht, aber So Lass mal offenbar gehen Ach du Scheiße, es entwickelt sich zu einem riesigen Höhlenproblem Oh Äh Langsam könnte ich mich wirklich verlaufen Hopp und hopp und hopp Ach du Scheiße Also hier bin ich schon runtergelaufen Okay Jetzt habe ich's kapiert Und nochmal hier rein Hier ging's runter Drachen, ich glaube ich könnte wirklich deine Hilfe hier gebrauchen Ich weiß weder wo die Höhle ist Noch wie jetzt an der Wit Den zwei Zom- Den Fünf Zombies Den Drei Ske- Oh Scheiße Vier Skeletten Den Fünf Skeletten Ja und wart bis Tag ist Dauert doch Dauert Hehhh was mich ein bisschen wundert ist ich finde immer nur blöcke mit einem goldblöcke mit einem erz also ein erzblock so ich glaube da brauche jetzt wirklich müssen wir zu zweit reingehen wenn haben wir begonnen aufzunehmen das war so vor zehn minuten ja okay weil diese folge aber die einhundertste folge wird nämlich genau 30 minuten lang sein bloß ein paar minuten plus minus ein paar minuten wenn er bloß nicht minus wir wollen das hier soll ja auch irgendwas speziell sein aber ich also also holz habe ich also stickies habe ich jedenfalls genügend und kohle sollte ich auch hier genügend haben aber nicht wenn der scheiß wieder scheiß creeper irgendwo neben mir plötzlich spawnt der irgendwo runtergefallen ist wieso dann geht doch das abwarten gleich viel ja aber dann kommt ja nichts raus es kommt was raus nur nicht so viel nein er nix doch bei mir kommen wir mal was raus da ist wieder eine spinne auf was habe ich denn den server eingestellt dass irgendwie auch irgendwie kommt mir so vor als wären es zu wenig monster hier kommt es vor also wir haben zu wenig slimes slimes sind immer eine rarität so alles jetzt hole ich mir alles was ich bekommen kann und danach schaue ich erst mal jetzt geht doch weg aber irgendwie irgendwie haben wir es geschafft dass die bad sagt zu aktivieren weil es fliegen nur ich habe ein slime du nicht ich habe 16 slime balls habe ich aber auch ein slime gefunden weil hier keine sind so rpfreaks hat der server funktioniert aber auch noch nicht richtig was erwartest du von ihm auch das ist doch heute viel zu viel arbeit für die kommen her gut 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 oder sucht er sich jetzt den klügsten weg wenn es nach seiner arbeit ging dann wird hier noch nichtmals ein server stehen ach du scheiße so tschüss ist an der lava hoch gegangen so kann ich jetzt bloß nicht so habe ich lost und das oh scheiße wo ist der wo ist der wo ist der hey bogenschütze sind hier tödlich ich glaub wieso ist difficult easy du hast auf normal gestellt ja aber mir wird so angezeigt als sei das easy und fliehst du vielleicht was falsch soll ich den screenshot schicken außerdem wieso kannst du sehen was wie der server eingestellt ist in den einstellungen wird es einem so zumindest mir angezeigt auf welche schwierigkeit eingestellte wird zwar ausgegraut aber wird immer noch angezeigt auf welche schwierigkeitsstufe so jetzt sind wir hier irgendwo jetzt heißt es ja eigentlich nur ich habe schon über 64 in übern stack heißen also hier war bin ich irgendwie raus kommen irgendwo hier muss es doch wasser es muss jetzt irgendwie rausfinden wo es zu hoch geht warte mal ah hier geht es zurück hier geht es zurück das erkenne ich gerade weil hier ist hier ist eine wilde formation von dem weißen wow scheiß da ist noch einer äh wilde formation von so weißem stone die robert so fällig ich glaube also die robert wir können ja irgendwas also so äh weil von den neueren ja von dem neuern so jetzt muss ich eigentlich nur links halten dann komme ich auch zurück oder bin ich jetzt schlecht wie gesagt ich baue hier mitm knochenbaum ab so jetzt geht's hier wieder links und da ist der ofen und der sind was ich gebaut habe um so dann bitte das hier und 8 kohle dran soll ich dir zeigen wo ich bin bist du an dem haus warte ich muss jetzt noch schnell hast du hast du genügend zu essen okay hast du etwa irgendwie du bist nicht am haus am haus oder an der feldhütte ja hier hinten siehst du mich nicht doch in der oft gerade sagen sie ist mir nicht hier hinten warst du genügend zu messen also genau die seerose warte mal ich muss ich muss ich muss schnell noch schnell was im haus ablegen weil ich habe jetzt so viel schon gefunden guck was davon in der doppelkiste schon gibt und legts da rein an das andere in die einfache wachen wir jetzt eigentlich von kühl gehabt kühl ja ich meine aber ein musiker schauen das erste was sie hier sehe ist was übersehen wurde das habe ich das habe ich noch nicht eingepackt das brauche ich noch das brauche ich noch das kann ich noch gut gebrauchen und ja und ich habe nur die seerose knapp verfehlt die du wahrscheinlich gemeint hast wir haben die sonst auch immer verfehlt was soll scheiße jetzt habe ich nichts essen mitgenommen was ich brauche ich habe auch noch ein bisschen mehr essen als nur essen also ein bisschen viel essen also ich habe jetzt gerade so ganz knapp bin jetzt gerade haben am tod vorbeigekommen wolltest du hier einfach ein springen nein ich bin an unserem haus ist an der hütte die müssen wir noch schöner machen die hütte bin ich bin ich fast auf boden aufgeklatscht anstatt ich bin in der rivine ja runter du hast da jetzt so bisschen was fertig ach jetzt habe ich auch noch die pfeile liegen lassen wo bist du jetzt hingegen welchen weg den linken ja rechts gibt es aber ich weiß nicht wie es der links aussieht ich habe stimmt da fällt mir ein das ist noch heißen das stimmt mir ist da die eine folge an habe ich mir mal angeschaut haben wir eigentlich die eine revine angeschaut wo wir da das die erste revine wo wir kunden haben bei der u-bahn schacht haben wir die bis jetzt schon mal angeschaut möglicherweise ne weil ich mir so habe ich mir so angeschaut so und eigentlich wollten wir nur die revine erkunden und jetzt haben wir was ganz anderes gemacht wartet der warte mal wo geht eigentlich links hin links geht nach oben ok das habe ich mir nur so dacht so wir sind wirklich drachen wir sollten jetzt schon schauen dass wir ja dass wir dass wir ein bisschen wo schnell zu machen da muss ich hast du einfach keinen bucket of water mit du bist jetzt da runter oder was ja wo geht es da hin über gold und da ja wo halt also unwichtig da habe ich aber schon alles mit kam wie es aussieht jetzt geht es hier hoch ne das ist der falsche aufgang hier ich warte und dann können wir noch ein bisschen ausschärmen und alles mögliche absuchen muss auch immer wieder auf kreaturen treffen weil irgendwie ich habe es zu wenig bis jetzt auf geleuchtet ja merke ich habe das man könnte sehen nicht eine fackelte rennen wo bist du ich bin hier das ist ein aufgang hoch also suchen wir uns einfach die sachen hier ja und wo bist du ich habe jetzt bin da wo wir rauskommen sind ein bisschen nach oben nach oben gegangen so und ja jep das ist ja 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 also dann ist der gang so weit abgehakt so so super hier ist ja noch mehr Lava ja mal ja ja ok Ich habe einfach mein Bucket drüber gefüttert. Okay, hier geht es runter, da bin ich ganz irre, geht es da noch weiter runter. Haben wir jetzt eigentlich schon einen Zauber... doch, wir haben einen Zaubertisch. Aber wir haben nicht Bücher, oder? Nein. Oder wenn, vielleicht ein paar. Also Bücher, Regale, besser gesagt. Und wir müssen noch die... ahhh... Ich glaube, die erste Staffel dauert wirklich länger als vorgesehen. Naja, eigentlich waren ja nur 100 Folgen pro Staffelfolge gesehen, aber jetzt sind wir in der 101 und wir sind immer noch nicht wirklich bereit, zum einen richtig geiles Großbauprojekt starten. Ich sehe dich irgendwo. Vielleicht runter, Dio. Nein, ich sehe dich ganz weit entfernt. Ah, ja, jetzt ungefähr. Auf gleicher Höhe. Ja. Hä, bin ich jetzt schon wieder hier drinnen gelandet, oder? Nee. Hier erscheint es entweder hier warst du, oder hier... Du wirst erkennen, wenn ich hier irgendwo grabe. Doch, jetzt bin ich schon wieder am Anfang. Lauf einfach zum Lavasee runter. Hä, wo bin ich denn? Hä, jetzt bin ich schon wieder am Anfang. Jetzt wird's kompliziert. Jetzt wird's... Jetzt wird's... Deswegen prädiere ich für riesige Löcher. Autsch. Einfach riesige Löcher graben und alle Rohstoffe mitnehmen, wo man bekommt. Hä. Ne, da bin ich grad durch und dann bin ich wieder am Anfang. Äh. Also bist du im Kreis gelaufen oder zurückgelaufen? Nein, ich hab mir einen Durchgang gemacht und damit lauf ich jetzt auch im Kreis. Also bist du doch im Kreis gelaufen. Nein, nur einmal, aber nur weil ich nicht besser wusste. So. Aber ich möchte jetzt unbedingt mal wieder sehr tief kaufen, dass man vielleicht nochmal auf... Diamanten... Ja. Geh die... Geh zu diesem Lavasee, den ich dazu gesüttet hatte. Ich weiß bloß nicht in... Also da ist der Anfang. Diamanten. Weißen. So. Hm. Wer hat hier wohl das Bessere... ...gefunden? Aber ich hab mehr davon. Haha. Äh. Und... Gold. Oh, ein Block. Ja, das mein ich ja. Da ist die... Da sind so... Da ist gar nichts. Wow. Zwei, drei... Vier... Fünf... Sechs Diamanten. Das Problem ist... Äh... Zurück, 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 zurück. Ich kann mir jetzt blöderweise grad hier kein... Nein, ich kann mir kein... Äh... Craf... Crafting Feld bauen. Musst du wieder zurück gehen. Nein, muss ich jetzt nicht. So. Ich laufe jetzt einfach durch die Minengänge und schaue mir alles an. Zack. So. Jetzt... Lang... Und schon wieder Eisen. Wir hätten am Anfang wesentlich früher Minen gehen sollen. Ja. Wesentlich früher nach Goldhaushau halten. Nicht nur Gold... Ja. Nein, nur ins Maragd. Nur ins Maragd. Nur ins Maragd. Wursch. Möch. Ah, Scheiße, stimmt, ich hab ja gar kein Pfeil, aber Arsch. So, das war's dann mit meiner Mining Tour. Warum voll? Äh, ich hab kein Crafting Table und hab zwei Eisenspitzhacken verbraten. Vielleicht auch nur anderthalb. Wenn du zurückkommst, da liegt noch ein bisschen Eisen. Eisen haben wir auch selbst. Aber kein Holz oder was? Doch, mir fehlt nur ein Crafting Table. Ja, aber am Ende liegt noch ein Crafting Table. Irgendwo hoch. Aber ich glaube, so... Das hier... ... 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 Autsch! Autsch! Ähm... Und weiter putteln. Äh... Einen Arrow habe ich jetzt. Oh. Ich glaube, ich komme dann hoch und sich höre... Und dann würde ich sagen, dass wir bald uns mal auf einen Nachheimweg machen, weil... Wie viel haben wir jetzt? Beluch. Nein, ich bin viel zu faul dafür. T drücken und dann erst zu schreiben ist viel einfacher als den Mund zu bewegen. Ja, das hätte ich mir doch jetzt auch sagen können, dass wir jetzt... Warte mal, ich will jetzt aber nur schnell noch hochkommen werden. Es kann sich nur um Minuten handeln. Nur um Stunden, besser gesagt. Oder vielleicht auch Jahre. Ja, da habe ich doch noch was, was wir vielleicht brauchen könnten. So, ich muss jetzt aber nach oben, da oben schwimmen. Und du hast noch am Eingang zu der einen Höhle... Ehm, irgendwas getötet, oder? Und hast nicht die XP mitgenommen. Ja, still nicht. Ach, ähm, Zombie. Weil ich keinen Bock drauf hatte. Zack. Das ist eigentlich irgendwie schon paradox. Ich laufe als erstes einmal runterwärts, um dann wieder nach oben zu laufen. Ich darf immer im Gang zwei- oder dreimal, oh Gott, nach unten laufen, um wieder nach oben laufen zu können. Na, also. Würde ich gerade die Sachen da noch mitnehmen und dann... Acht... Neun... Zehn... Zehn... Oh, zehn mal Kohle... äh, Gold. Zehn Goldbahnen, oder was, oder? An einer Stelle. Hä, also du bist immer noch in der Mine, oder was? Ja. Ich dachte, wir wollten jetzt aufhören. Ja. Hast aber nicht gesagt, dass ich auch hochkommen soll. Ja, aber ich hab gesagt, dass wir dann in der nächsten Folge mal wieder zurücklaufen. Ja, ich bin aufm Weg. Also. Was ist der Vorteil an diesen Dingen? Die sind einfach so flach, dass man da durchsprinten kann, wenn man nicht hier alle drei Metern Loch gewuddelt hat. Hier hoch. Ach so, wir haben eigentlich keine automatische... äh, wir haben keine Hühnerfarm, oder? Doch, haben wir. Beziehungsweise eine Eierfarm. Ja, aber keine Hühnerfarm. Und wir brauchen noch eine Hü... äh, wir brauchen noch eine Tötungsfarm. Das kann... das kann ich... ähm, dir das als Vorschlag... ähm, vor bis zum... ähm, gleich wenn wir zuhause sind, mal inbauen. Ja, einfach... also für... Autsch. Die einfachste Methode ist doch einfach, äh, es hier runterfallen zu lassen. Aber das ist ja langweilig. Ja, ich will's ja nicht... äh, aufregend haben, ich will's ja... äh, ich will's ja schnell haben. Äh, jetzt sollte man noch ein bisschen was brennen. Was alles passiert, wenn den Fucken auf der falschen Seite hängen. Aus dem in deiner Doppeltruhe hast du ja schön, äh, 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 hast du schön, äh, äh, ja zweimal Kohle ineinander gehabt. So, das mit. So, das mit. Das hier mit. Die ineinander. Ich zeig's dir, ähm, dann das hier rein. Äh, scheiße. Noch einmal rein. Ich weiß nicht. Wie viel Diamanten hast du? Dex. Äh, das reicht perfekt. Okay, dann machen wir das so. So. Also, was nehmen wir denn alles mit nach Hause? Kein Couple Stone. Ja, stimmt. Das Ganze kann man da lassen. So. Also, wir haben jetzt einen Diamantblock, sieben Iron-Blöcke, 14 Redstone-Blöcke und äh, äh, sieben Kohle-Blöcke. Kann man die Slimes eigentlich, wenn man sie, wie, kann man sie danach wieder äh, äh, auseinander-craften, wenn man sie, äh? Ich. Ähm. Ich glaub schon, oder? Ja. Ja. Aber es sind 16 Stück. Ah, ne. Du hattest ja auch welche, aber die stacken doch, ähm, 64er-Bündel. So, jetzt brauch ich, jetzt tu mal bitte, äh, jetzt, jetzt müssen wir mal alles brennen, was wir haben. Ja. Tu mal jetzt einfach alles rein, was du hast, und danach schau mal. Ja, Gold hab ich unten reingetan. Ja, okay. Äh, gib mir mal die Diamanten, leg die mal in die Kiste. So. Wir haben sieben Lapislazuli-Blöcke. 6-Diablöcke. Äh, wir haben 2-Diablöcke. Pfeile nehmen wir mit. Stringtester können wir brauchen. Äh, den Bogen kann ich aber nicht gebrauchen. Den Bogen nehme ich mit. Äh, die Books können wir brauchen. Die Pfeile können wir nicht gebrauchen. Wo, von wo waren die Stone Labs? Ähm, von irgendwo. Boom. Okay, das ganze, das lassen wir da. Was kann man aus Rapid, also aus äh, Kaninchenfell machen? Das ist so Raw-Ware. Äh, Rapids, also das. Ähm, da Papa. Sonst noch irgendwas, Drachen? also aber jedenfalls wir werden wir jetzt hier noch schnell uns fertig machen für die rück expedition sagen wir euch vielen dank für die 100 der folge war ich hoffe euch hat die 100 der folge gefallen diese jetzt da hinten ist ein blob oder habe ich mich jetzt getäuscht warte jetzt ist das auch gegangen immer hier die creeper zum explodieren bringen da sind sogar zwei du so ist sowas nicht schämt ich ein bisschen besser wenn die wendet ist dann zwei dreifach höher wäre dann würde ich sowas auch sehen ich leg die creeper ab stirbt hier ist auch noch ein slimeball hier hinter dir wo was wo drachen da in dem graf hier da da auf dem wasser ist auch noch ein slime ich gehe mit mein zweieinhalb herzen mal zurück und sortiere weiter jetzt wollte ich beenden und jetzt ist da wieder so viel slime stirbt stirbt jetzt hoffe ich ich habe nichts vergessen aus hilfe den brauch ich auch nicht hm 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 wieso ist es bei uns bei unserem haus ein creeper ouch 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 drachen ich habe die hey du hast was gebraten es gibt es herr mal schnell ich brauche was noch gebraten ist so das ist das einfachste hast du so langsam sortiert ich habe nicht sortiert aber ihr habt entschieden was ich mitnehmen ja ich habe eh schon alles wertvolle mit dabei also so ziemlich wertvolle hast du gold blöcke ja nicht noch nicht wie so im inventar meine ich ja ich habe golden ingots noch zurzeit wie dann hast du dann jetzt noch mehr ingots das bringt nicht ganz so okay ich habe noch drei hab dir auch mal die blöcke gegeben so wer hat sich jetzt eigentlich die position notiert drachen hast du dir notiert oder ich wovon hiervon ja mach ich so so wir gehen sechs slimes okay also damit verabschieden wir uns von dieser 100. Spezialfolge und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Tschüss Tschüss Tschüss